Jingle Bells, Jingle Bells, mit dem Pfändler, Adventskalendler. Männer, morgen ist Samichlaus-Tag, wir müssen miteinander reden. Es gibt vier Phasen im Leben von uns. Phasen 1, du glaubst an Samichlaus. Phasen 2, du glaubst nicht mehr an Samichlaus. Phasen 3, du bist Samichlaus, und Phasen 4, dann sehen wir irgendwann mal aus wie Samichlaus, ob wir es haben oder nicht, wie ungerecht ist das?